In diesem Video geht es um 5 falsche Lehren, die vielleicht sogar dir in deiner Kirche beigebracht werden. Hallo, mein Name ist David Dück. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte ich dich doch erst jetzt zu tun. Falls du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann aktiviere auch bitte die Glocke. Die ersten zwei falschen Lehren, die wir beleuchten wollen, haben etwas mit Krankheit oder mit Heilung zu tun. In der dritten und vierte geht es um Geld und Finanzen. Die letzte falsche Lehre ist die, die, wo ich glaube, am meisten verbreitendsten ist und die wirklich Schaden anrichtet. Aber dazu sage ich später nochmal was. Also kommen wir zur ersten Lehre. Krankheit ist eine Strafe Gottes. Dieser Gedanke kommt aus dem Alten Testament, wo immer wieder, wenn Menschen etwas falsch gemacht haben oder von Gott sich abgewandt haben, mit einer Krankheit gestraft wurden. Aber wie verhält sich es jetzt im neuen Bund? Schauen wir dazu gleich mal in Jesaja Kapitel 53 Vers 4 rein. Da heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gematert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier sagt es ganz deutlich aus, dass die Strafe, die auf uns kommen sollte, auf Jesus liegt. Jesus hat die Strafe der Menschheit auf sich genommen. Die Strafe, die der Mensch verdient hat. Ja, das weißt du als Christ, wirst du das auch so verstehen, dass Jesus alle Sünden auf sich genommen hat. Und somit kann auch eine Krankheit jetzt keine Strafe sein, die jetzt von Gott kommt und dir auferlegt ist, weil du irgendwie was gesündigt hast oder eine Sünde begangen hast. Ja, die Strafe liegt auf Jesus. Selbst wenn wir irgendwie eine Krankheit haben oder irgendwie durch eine Krankheit geht, ist das keine Strafe mehr von Gott. Sondern wir sehen vielmehr, dass er jetzt durch die Strafe auch die Schmerzen auf sich genommen hat und wir somit Heilung empfangen durch Jesus seinen Werk. Das heißt, du kannst jederzeit, zu jeder Zeit freimütig für Heilung glauben. Ja, es liegt nicht mehr an dem, was du gemacht hast, sondern an dem, was Jesus Christus für dich gemacht hat. Also glaube daran und denke daran. Du, wenn du krank bist, bist du nicht von Gott gestraft, sondern die Strafe liegt auf Jesus und deswegen kannst du jetzt auch frei werden von der Krankheit. In der zweiten falschen Lehre geht es um die Aussage, dass wir, wenn wir eine Krankheit haben, für Christus leiden. Also leiden sozusagen für Christus in der Krankheit oder durch die Krankheit. Und ich will dir zeigen, dass das so nicht stimmt. Wenn wir für Christus leiden, wie die Bibel es uns zeigt, dann sieht es eher so aus, dass wir verfolgt werden, vielleicht geschlagen werden, verspottet werden und so weiter. Aber Krankheit ist nicht ein Bild für Leiden für Christus. In Jakobus Kapitel 5 lesen wir im 13. Vers. Wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalme singen. Wenn jemand aber unter euch krank ist, so soll er die Gemeindehälften zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Interessant ist es, weil ich das mal gelesen habe und auf einmal der Heilige Geist mir das offenbarte und zeigte, schau mal, wenn jemand leidet, dann soll er beten. Wenn wir von Leiden für Christus sprechen, dann geht es auch um dieses Leiden. Wir sollen beten, wenn wir für Christus leiden. Sind wir aber froh, sollen wir Psalmen singen. Und jetzt macht er einen Unterschied der Schreiber und sagt, wenn jemand unter euch aber krank ist, der sehe nicht die Krankheit als ein Leiden für Christus an, sondern rufe die Ältesten, dass sie für ihn beten. Später heißt es auch, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Das bedeutet, du brauchst nicht in deiner Krankheit gefangen bleiben und glauben, dass du hier für Christus leidest. Nämlich, nein, Christus will nicht, dass du durch eine Krankheit für ihn leidest, sondern er ist gestorben für dich, damit du frei bist von der Krankheit. Wir sehen ja auch, dass Jesus auf der Erde, wo er wandelte auf der Erde, er die Kranken heilte, er die Bedrückten befreite. Das zeigt uns schon, dass das nicht das Leiden für Christus sein kann. Jesus steht für Heilung da. Er ist der Heiler, er ist unser Arzt, verstehst du? So darfst du auch nicht dieser Lehre glauben, dass Krankheit etwas ist, durch das wir für Christus leiden. Lehre Nummer 3 Ein Reicher kommt nicht in den Himmel. Bestimmt hast du schon mal diese Aussage gehört, ja, der Reiche kommt nicht in den Himmel. Für den Reichen ist kein Platz im Himmel und all solche Aussagen. Schauen wir uns erstmal an, woher dieser Spruch gekommen ist. In Markus Kapitel 10 Vers 17 lesen wir diese Geschichte, wo dieser reiche Jüngling zu Jesus kommt und Jesus dann zu ihm sagt, nimm alles, was du hast, verkauf es und gib es den Armen. Wir lesen ab dem 23. Vers. Und Jesus sah um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte, aber Jesus antwortete ihnen wieder, Kinder, wie schwer ist es für die, welche Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes zu kommen. Man hat ganz oft diese Stelle genommen und damit unterstrichen, dass der Reiche nicht ins Himmelreich kommen kann. Aber du musst eins verstehen. Erstens steht hier nicht, dass er nicht ins Himmelreich kommen kann, sondern steht, dass er schwer in den Himmelreich oder in den Himmel kommt. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und außerdem legt Jesus die Betonung auf Vertrauen. Wie schwer wird es für den Reichen sein, der sein Vertrauen auf Reichtum gesetzt hat? Du kannst eben reich sein und dein Vertrauen auf das Material setzen oder reich sein und nicht dein Vertrauen auf das Material setzen. Ich möchte mit einer weiteren Stelle, die vielleicht nicht so vielen Leuten bekannt ist, das Ganze, was ich hier sage, untermauern. 1. Timotheus 6, Vers 17 Siehst du, er sagt hier auch, dass er den Reichen sagen soll, dass sie ihr Vertrauen auf den Herrn setzen sollen und mit der ihrer Habe auch ein Segen sein sollen für andere. Dass sie im Geben auch aktiv werden. Also er sagt ihnen nicht, dass sie nicht in den Himmelreich kommen, weil sie reich sind. Er sagt ihnen nicht, dass sie jetzt arm werden müssen, wie man es vielleicht denken könnte, sondern er sagt einfach, setzt euch euer Vertrauen nicht auf Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott. Kommen wir zur vierten falschen Lehre. Christen sind berufen, ein Leben in Armut zu leben. Ich denke, die meisten Christen kennen die Bergpredigt und in dieser Bergpredigt erwähnt Jesus, selig sind die Armen. Aus dieser Aussage hat man viel in diese Richtung gepredigt und hat man die Lehre so bereit gemacht, dass Gott will, dass der Christ arm ist und dass es gut ist, für einen Christen arm zu sein. Schauen wir uns mal etwas ganz Wichtiges an. Nämlich, ich sehe in 1. Mose, Kapitel 12, wo Gott Abraham beruft, etwas ganz Wichtiges. Er sagt ihm dort seinen Wunsch und seinen Auftrag, den er sozusagen Abraham gibt und das Gleiche, was Gott Abraham sagt, gilt auch für uns. Bist du schon gespannt? Schauen wir uns mal gemeinsam diese Stelle an. Und der Herr sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vatershausen in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Du siehst, das ist genau das Gegenteil der Fall. Wir sind nicht berufen, ein Leben in Armut zu führen, sondern wir sind berufen, groß zu werden, gesegnet zu sein, um ein Segen zu sein für andere. Wir sind berufen, den Armen zu helfen. Wir sind berufen, Geber zu sein. Wir sind berufen, mehr dadurch auch zu haben, weil Gott uns gebraucht. Also es ist keineswegs die richtige Berufung, arm zu sein. Das ist keine Berufung. Es hört sich sehr christlich an. Es wird sogar in manchen Kirchenkreisen so gefordert, aber das ist eigentlich nicht biblisch. Vielleicht noch eine Stelle, wo das Ganze nochmal unterstreicht. Im Psalm 112 schreibt David, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat, an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Aufrichtung wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle werden in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewig. Eine ganz deutliche Ansage. Es ist eher anders. Jemand, der auf Gott vertraut, der wird in ein gesegnetes Leben hineingeraten. Gott wird mit ihm sein und er wird Reichtum und Fülle in seinem Leben erleben. Wenn dir das Video bis hierher geholfen hat, dann lass doch gerne ein Like da und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vielleicht hast du noch irgendeine Aussage oder irgendwas, was du hinzufügen möchtest, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Selbst wenn es eine Frage ist zu irgendeinen der Punkten, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Also kommen wir zu der fünften falschen Lehre. Ich glaube, dass diese Lehre sehr, sehr oft gepredigt wird, vielleicht wissend oder unwissend. Und ich sehe, dass viele auch diesen Gedanken so vertreten. Und hier geht es um diesen Gedanken oder Aussage, dass du ein Sünder warst und ein Sünder bleiben wirst. Auch wenn du errettet bist, wir waren Sünder und sind weiterhin Sünder. Und das ist nicht korrekt. Du warst ein Sünder und wenn du Jesus Christus angenommen hast und seine Gerechtigkeit angenommen hast für dich, dann bist du jetzt nicht mehr ein Sünder, sondern gerecht in Christus Jesus. Wir unterstreichen jetzt meine Aussage mit ein paar Bibelstellen. In 1. Korinther 6, Vers 9 lesen wir, Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht verführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lüstlinge, Knabenständer, Weder Diebe noch Habsüchtige, Trinkerlästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Es ist fatal zu denken, dass wir genau die gleichen schmutzigen Menschen sind, die wir waren, bevor wir Christus kennengelernt haben. Und aus diesem Grund, weil viel so gelehrt wird, dass wir immer noch Sünder sind und wir solche schlechten Menschen sind und so weiter. Deswegen befinden sich viele Christen in einem Kampf mit der Sünde. Sie können nicht lassen. Sie glauben sogar, dass es ganz normal ist, zu sündigen und Sünde zu praktizieren. Viele Christen leben regelrecht in der Sünde und es ist gar kein Unterschied von ihnen zu den Menschen, die Christus nicht kennen. Das darf nicht sein. Wir sind berufen zu einem heiligen Leben. Und Jesus Christus hat es für uns möglich gemacht, indem er ans Kreuz gegangen ist für unsere Sünden. Er hat bezahlt und hat uns durch sein Blut reingewaschen, freigemacht und wir dürfen durch die Gnade Gottes frei von Sünde leben. Paulus sagt deutlich, ihr wart das einst, aber jetzt seid ihr abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gereinigt. Amen. Im ersten Johannesbrief, dritte Kapitel, Vers 4, schreibt er, Und es geht so weiter und es wird ein bisschen noch krasser und ich möchte nicht es so dunkel dastehen lassen, weil der Mensch denkt so, ja was, aber wir können ja nicht perfekt wandeln, wir können ja nicht die ganze Zeit alles richtig machen und so weiter. Da habe ich oft gemerkt, dass Christen nicht genau wissen, was eigentlich Sünde ist und was keine Sünde ist. Es ist nicht Sünde, wenn du mal irgendwie etwas nicht korrekt gesagt hast, wenn du etwas mal zu laut warst oder irgendwie vielleicht über etwas gelacht hast. Das ist nicht die Sünde und deswegen sind viele Christen da viel zu fein gesponnen. Fehler machen ist menschlich. Wir machen Fehler, wir tun Fehler, machen nicht immer alles richtig und so weiter, aber die Sünde ist ein ganz anderes Thema. Und deswegen will ich noch mal zum Abschluss, wir haben vorher schon von Paulus gehört, welche Sünden er aufgezählt hat, aber ich will noch mal in einen Text reingehen und dir noch mal eine Liste geben, wo er wirklich Sünden aufzählt und er sagt doch, wenn du diese Dinge begehst oder in diesen irgendwo drin bist, dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Gehen wir doch da rein. Ich denke, das ist schon spannend, das zu wissen. Lesen wir im Galater 5 ab dem 16. Vers. Ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr eure natürlichen Begierden nicht nachgeben. Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen unsere selbstsüchtige Natur und dieselben sind gegeneinander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Klar erkennbar sind Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zahn, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Furcht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, gegen all das ist das Gesetz nicht. Hier hast du auch wieder ein paar Dinge aufgezählt, wo man schauen kann, wo befindet sich das Thema oder wo befinden sich die sündigen Handlungen sozusagen. Und an denen kannst du dann erkennen, wo du dich befindest. Und hier einfach nochmal ein paar Worte zum Schluss, gerade wenn es um die Sünde geht. Wenn du glaubst, dass du ein Sünder warst und immer noch ein Sünder bist, dann wirst du eben nicht frei und wirst du immer einen Kampf haben. Glaubst du aber, dass du frei geworden bist von der Sünde und du praktizierst trotzdem die Sünde, aber du glaubst, dass du frei bist und dass Christus dich frei gemacht hat, dann wird mit der Zeit dein Glaube überwiegen und die Gnade wird in deinem Leben hineinkommen, sodass du wirklich irgendwann mal so frei sein wirst davon, nämlich weil du es glaubst. Und deswegen ist es wichtig, hier die richtige Lehre zu glauben. Glaube nicht denen, die sagen, dass wir elendige Sünder sind, die aber errettet worden sind, sondern wir sind verwandelt zu einer neuen Kreatur. Wir sind neu gemacht worden. Christus hat uns teuer erkauft für ein Leben in seiner Herrlichkeit. Er hat dich frei gemacht. Du haderst vielleicht mit ein paar Süchten und mit Problemen, dann sprich aber Gottes Wahrheit aus über dich. Sag, ich bin frei, ich bin rein. Und das wird helfen, um dass der Teufel einfach die Fänge, die er an dir hat, dass es sich löst und dass er ablässt und du wirst den Versuchungen in Zukunft widerstehen und wirst frei leben durch Gottes Geist. Ich hoffe, euch haben meine fünf falschen Lehren gefallen und die Erklärung dazu. Sagt mir bitte, welches dieser Lehren auch euch betroffen haben oder welche bei euch in der Gemeinde vielleicht sogar gelehrt werden. Es kann sein, dass manche vielleicht gelehrt werden, manche gar nicht. Vielleicht bist du auch in einer Gemeinde, wo die es genauso sehen, wie ich es heute hier vorgetragen habe. Dann würde es mich natürlich auch gerne interessieren. Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Lasst uns einfach einen Austausch haben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Gottes Segen. Wenn du es auf dem Herzen hast, diese Arbeit finanziell zu unterstützen oder du möchtest einen finanziellen Glaubensschritt machen, sprich eine Saat setzen, dann will ich dich auf jeden Fall ermutigen, es zu tun. Wenn du also bewegt wurdest, hier hineinzugeben, dann will ich auch etwas dir zukommen lassen. Wenn du dich für das Geschäftliche interessierst, gerade für die Selbstständigkeit und Gott darin vertrauen willst, dass Erwachstum hineinbringt in dem, was du tust, auf deine Arbeit oder in deine Selbstständigkeit, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen von Erich Fitz, Geschäfte mit Gott. Hier wirst du wirklich im Glauben gestärkt. Es ist ein sehr, sehr interessantes Buch und wichtig für jeden Geber, würde ich sagen. Wenn du ein Geber bist, wenn du es liebst, in Gottes Reich zu geben, dann ist das hier ein Muss. Das bestätigt dich, das stärkt dich und das zeigt dir, wohin deine Reise geht. Nämlich Gott hat wirklich maximalen Erfolg für dich vorbereitet, für denjenigen, der wirklich treu ist und der diese Sache im Glauben und in der Liebe zu Gottes Reich tut. Ich habe hier noch ein anderes Buch, das würde ich dir auch zusenden. Eins der zwei Bücher, du kannst dich zwischen den zwei Büchern entscheiden. Das ist auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Oftmals sagt man mir, David, wie finde ich denn meine Berufung? Ja, da kann dieses Buch wirklich gut helfen. Das ist ein Buch von Mike Murdoch. Finde oder erkenne deine Berufung. Ja, er betont es hier in diesem Buch immer wieder, dass wir die Berufung von Gott haben, aber wir sie erkennen müssen und da führt er dich Stück für Stück durch dieses Buch hin. Ich glaube, es ist kein Fehler, das mal zu lesen, damit du einfach dir sicher bist und du Gottesberufen ausführen kannst hier in diesem Leben. Für jeden Geber möchte ich eins der Bücher zusenden. Deswegen teilt mir eure Adresse mit, nachdem ihr die Liebesgabe getätigt habt. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Dieser Link führt euch zur Webseite, wo ihr dann die Liebesgabe tätigen könnt. Wir nehmen die ganze Sache mit der Webseite und so weiter online kompliziert ist, habe ich auch hier nochmal den altmodischen Weg, ja, die Überweisung einfach per Kontonummer. Könnt ihr einfach die abschreiben und die Sache so ausführen. Gott segne euch und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Sofern ihr diesen Kanal abonniert habt und die Glocke nicht vergessen habt, dann wird es euch auf jeden Fall angezeigt. In diesem Sinne, bis bald. Sofern gesunderd Ho bilanzo und die Glocke ein,